Definieren Sie Ihre Flexibilität ganz nach Ihren Vorstellungen. Mit dem Vario-Chassis von Fliegel. Hin mit einem oder zwei 20-Fuß-Containern, zurück mit 40 oder 45-Fuß-Container. Kein Problem. Sie haben alle Möglichkeiten und viel weniger Leerfahrten. Einfach, schnell, sicher. Stellen Sie sich auf das geforderte Containermaß mit wenigen Handgriffen ein. Sitzen exakt dort, wo Sie hingehören. Egal bei welchem Containermaß. Simpel, aber ungemein effektiv. Befestigungstechnik von Fliegel. Schneller Wechsel auf 40 Fuß gefragt? Nutzen Sie die ganze Flexibilität des Vario-Chassis. Und jetzt mit wenigen Handgriffen auf 45 Fuß teleskopiert. Vorderen Aufschub einrichten. Den Rest erledigt die Zugmaschine. Das Anschlussfeld des Vario-Chassis. Wirkungsvoll geschützt für den harten Transportalltag. Gut zu erreichen. Absolut zuverlässig in der Wirkung. Das Vario-Chassis von Fliegel. Schnellteleskopiert für alle Containermaße. Robuste und langlebige Mechanik. Sichere Fahrten dank optimaler Lastverteilung. Einfache Bedienung ohne störanfällige Elektronik. Das Vario-Chassis von Fliegel. Für maximale Flexibilität. Fliegel. Innovating for you.